Über Schwarz-Rot-Gold aber häufen sich die Komplimente. Bronze für die Gastdiebe. Der dritte Platz hat für das deutsche Image und die Sympathien in aller Welt mehr Wert als womöglich der Weltmeistertitel. In der Stunde des kleinen Finales scheinen die vielen aufgebauten Animositäten der letzten Wochen und Monate mit einem Male vergessen. Stolz genießt Jürgen Klinsmann einen Erfolg, den ihm vier Wochen zuvor kaum einer zugetraut hat. Er hat sie alle in die Defensive gedrängt, die professionellen Bedenkenträger. Die Hoffnungen der Mächtigen, dass der Bundestrainer seinen Erfolgsweg jetzt doch sicherlich fortsetzen würde, haben sie zuvor schon im Herzen Klinsmanns zerstört. Stolz genießt Jürgen Klinsmanns Stolz genießt Jürgen Klinsmanns